Hallo meine Lieben, da bin ich nochmal und zwar komme ich jetzt zu meinem zweiten Craft Update Video und ja, kurze Räder, kurze Räder, langer Sinn, nein, egal, fangen wir an. Und zwar habe ich diese hier Figuren gemacht, einmal meinen Drache, den kriegt eine Freundin von mir, dann habe ich einen Deutschlanddrache gemacht, als Klickspringer für die WM, habe ich auch hinten drauf geschrieben, Weltmeister 2014. Dann habe ich hier so einen Hund gemacht, ich habe nochmal irgendwo einen, aber den habe ich nicht gefunden. Dann habe ich einmal hier so einen Anhänger mit Bayern München gemacht, dann von unverbesserlich Figuren da, auch mit einem Bayern Logo. Dann habe ich hier so eine Sonnenblume gemacht, mit I Miss Your Papa, die kommt auch aufs Grab. Dann von Angry Bird, da habe ich nochmal was von Angry Bird. Das Ei, dann hier den Vogel, einmal in so einer Version und in so einer Version. Der ist noch nicht lackiert, den muss ich noch lackieren. Dann habe ich hier so einen Hase in den Mund gemacht, das ist eigentlich nur der Hase mit dem Mund, aber der Hintergrund hat mir nicht gefallen, dann habe ich den auf so ein Herz drauf gemacht. Dann habe ich hier so einen Keks gemacht, dann hier nochmal so einen Runden Keks, hier so ein Hund, doch immer was das sein soll, ein Baby, dann hier so ein Herz mit Love. Dann habe ich hier so einen Runden Keks gemacht, dann habe ich hier so ein Radio gemacht, ein Würfel, den Radio muss man noch lackieren, ein Hasen, ein Elefant, dann hier so ein Staubsauger. Dann hier so zwei Tassen mit Kaffee drin. Dann habe ich hier so einen Zitat, ein Pinguin, ein Herz mit I Love You, ein Spomschbob soll das sein, eine Raupe, ein cooles Schaf. Dann habe ich hier auch nochmal was mit Bayern München drin, zwei so Katzen, mein Panda-Bär, das war mein allererstes Stück. Dann habe ich hier auf diesmal schon nicht mehr. Dann habe ich hier auf jeden bourgeois, dass ich hier freut mich. Eine Chinesin, einen Totenkopf, zwei Oktopusse, ein Bär, ein Teddybär in einem Donut drin, ein Eis mit drei Eisbobbeln, so eine Ente von Semifim, einen Marienkäfer mit einer Schleife, ein kleiner Gameboy, also ein 3DS, nochmal eine Eule, eine Katze, so eine Art Schweinchen, ein Schweinchen, das war auch eins meiner ersten Stücke, ein Schweinchen mit einem Futterkrug, mit Äpfeln, einer Korotte, ein Herzchen, nochmal ein Herzchen, mein Krebs, das habe ich von meinem FIMO-Buch nachgemacht, dazu habe ich noch einen Seestern gemacht, auch aus dem Buch. Ah, da habe ich noch was von Mario gefunden, schaut mal, die Bombe von Mario. Ich habe ja gesagt, es hat so viele Sachen, da weiß man schon, weiß gar nicht mehr, wo alles ist. Dann habe ich noch mal, die Bombe von Mario. Dann habe ich noch einen Keks, angeknabbert, ein angeknabberter Apfel, zwei Scheiben Toast mit Marmelade, und hier noch so ein kleiner Toast, ein Toaster mit einem Toast oben drauf, ein angeknabberter Donut, ein Hase, ein Gameboy, eine Hello Kitty, eine Zahnbürste, eine Katze, einen Totenkopf, ein Teddybär mit einem Herz, ein Teddybär mit einem Herz, ein Frosch, ein Ei, ein Pandabär auf und einen Tonat, ein Marshmallow, ein Katze, ein Hase, nochmal so eine Ente wie von Semifim, so eine Schleife, so die Schleife nochmal, dann noch eine Schleife, dann noch eine Schleife, nochmal so ein Herz, eine Kuh, so ein Figürchen, so ein Trinkfigürchen, so eine, nochmal so eine Katze, eine Eule, ein Krümelmonster, ein Schlumpf auf dem Herz, so ein Herz, dann noch so eine kleine Schleife, dann hier auch das Auge von Unverbesserlich, fand ich auch toll, und mein, zuletzt mein Panda, den Panda habe ich übrigens mit UV-Gel lackiert und dann in die UV-Lampe gemacht. Da geht es schon weg, sehe ich gerade, oder? Ja, jetzt wollte ich gerade sagen, das ist gut, aber es fühlt sich geil an, also es ist stabil und klebt nicht, und, also die Sachen, die ich jetzt hier liegen habe, die sind jetzt alle bestimmten halbes Jahr alt und den habe ich als einzigsten mit UV-Gel lackiert und er klebt nicht und ich tue meine Fimo-Sachen alle mit Nagellack lackieren und bei mir klebt kein einziges Teil, also ich weiß nicht, ob das nach einer gewissen Zeit kommt, weil viele das ja sagen, das klebt nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Monaten, also wie gesagt, meine Sachen sind alle ein halbes Jahr oder sogar länger alt und sie kleben überhaupt nicht. Und ja, deswegen tue ich meine Sachen immer nur mit Nagellack lackieren, weil ich den teuren Fimo-Lack auch schon gehabt habe und ich einfach nicht damit zufrieden war. Ja. Das war es dann eigentlich auch schon von mir, jetzt mache ich noch ein nächstes Video und zwar tue ich da meine Loom-Figuren updaten. Und ja, dann wünsche ich euch noch was und bis bald. Tschüss!